Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Es geht mal wieder um den Elden Ring DLC Shadow of the Earth Tree. Da haben wir vor einem Jahr ungefähr aus dem Nix ein Twitter-Bild bekommen, wo wir ohne irgendwelche zusätzliche Informationen, nur dieses Video mit Shadow of the Earth Tree, kein Datum, kein gar nichts, keine Information, und seitdem war Flaute. Seitdem haben wir gar nichts mehr gehört. Dann gab es im Oktober Gerüchte darüber, dass der DLC eventuell auf den Game Awards etwas mehr an Inhalt bekommt. Vielleicht ein Trailer, ein Release-Date, irgendwas. Jetzt sind die Game Awards vorbei, wir haben nichts bekommen. Aber zwei Dinge sind passiert. Und zwar gab es ein Interview vor den Game Awards, eine Woche ungefähr vorher mit Mr. Kitau, oder das ist ein Entwickler von FromSoftware, und eine Internetseite von den Philippinen, die auch sehr merkwürdig ist. Fangen wir mal mit dieser Webseite an. Die Webseite war insgesamt 24 Stunden online und hat ein DLC-Datum angegeben von Februar 2024. Also auch das, was ich schon, oder was wir schon im Oktober angenommen haben, als es die Gerüchte gab, dass auf den Game Awards neue Informationen zu Elden Ring und dem DLC gezeigt werden. Das ja nicht stattgefunden hat. Diese Seite von diesem Controller-Hersteller, der Controller-Hersteller ist übrigens auch nicht irgendwer, der hat schon oft mit FromSoftware und Badai Namco zusammengearbeitet, und dieser Controller wird auch so in den Handel kommen. Aber diese Seite wurde nach 24 Stunden offline genommen. Jetzt könnte man natürlich entweder vermuten, ey, dieser Februar 2024, dieses Datum ist richtig, oder Februar 2024 ist falsch. Was wissen wir natürlich nicht. Vielleicht war es auch noch ein Platzhalter oder nur interne Informationen, ob das Ganze jetzt richtig oder falsch ist. Das will ich hier nicht bewerten, das ist auch nicht so wichtig. Wichtiger finde ich das Interview von Mr. Ketau, was eine Woche vor den Game Awards war. Und der wurde gefragt, ey, wie läuft denn gerade der DLC, wie läuft der Entwicklungsprozess? Und da hat er was ganz Interessantes gesagt, natürlich auf Japanisch. Das wurde mit dem Google-Übersitzer hier übersetzt, ich blende das mal ein. Und er hat gesagt, dass er ein anderes Mal über den DLC sprechen wird, und dass sie ein wenig Ways Off sind. Das heißt also ein bisschen außerhalb des Zeitplans. Deswegen würde ich eher denken, dass es vor ein paar Monaten noch die Idee war, oder vielleicht vor einem halben Jahr noch die Idee war, dass der DLC Anfang 2024 kommen soll, und auch, dass auf den Game Awards dazu was gezeigt wird, und jetzt der DLC aber intern verschoben werden musste, und erst Ende 2024 oder vielleicht zu Beginn 2025 gezeigt wird. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Bandai bzw. From Software es nötig hat, den DLC auf irgendeiner großen Messe oder auf irgendeiner großen Show zu revealen, oder dazu nochmal irgendwas zu zeigen. Ich meine, die haben die erste DLC-Informationen, die wir bekommen haben, war auf Twitter, mit einfach nur einem Foto, und das ist komplett durch die Decke gegangen. Ich glaube, sie könnten auch einen Shadow-Drop machen für Elden Ring, und den DLC einfach morgen announcen. Und jeder, wüsste darüber Bescheid, also viel Marketing, wird es da nicht brauchen, um den DLC zu vermarkten. Der wird sich so doll verkaufen, wie kein anderer DLC bisher. Das Witzige ist eigentlich, dass es theoretisch auch sein könnte, dass dieser Data-Blitz-Anbieter einfach irgendwie geraten hat, und gedacht hat, ey, und die gleichen Informationen hatte, wie wir auch im Oktober, im Februar könnte der DLC kommen, da ist 2-Year-Anniversary, dann packen wir einfach mal da den Controller hin. Ist zwar komisch, weil irgendwie muss man ja auch die Produktion darauf abstimmen, wann man die dann auch rausbringt, deswegen wäre es eigentlich schon wichtig, vorher zu wissen, wann etwas rauskommt, wenn man etwas mit einem DLC rausbringen möchte, dann sollte man vielleicht als Hersteller schon wissen, wann dieser DLC denn wirklich das Tageslicht erblickt. Aber an sich, ich meine, da steht ja auch tentativ, das heißt vorsichtig, könnte natürlich auch komplett geraten sein, darunter steht nochmal mit 3 Stern, dass sich das Daten auch noch ändern könnte. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hoffe so sehr, dass es nicht so lange dauert. Ich kann nicht noch ein Jahr auf den Elden Ring DLC warten. Wir hatten Lies of P, das fand ich richtig cool, und das habe ich auch richtig genossen. Aktuell spiele ich wieder ein bisschen Lost to Fallen, was Multiplayer-mäßig ein paar Nasen, meiner Meinung nach sogar vor Elden Ring ist. Das ist ein richtig cooles Feature mit dem Multiplayer dort, dass du die Spieler nicht wieder erneut rufen musst, wenn du einen Boss besiegt hast und das mit dir importen kannst. Also, Lost to Fallen aktuell auch ein sehr geiler Souls-Like. Aber Elden Ring DLC, Leute, ich habe da so Bock drauf. Ich, vor zwei Jahren, ich habe so viele Videos zu Elden Ring gemacht, es hat mir so viel Spaß gemacht. Schreibt mir gerne rein, was ihr hofft und glaubt. Meint ihr, es wird doch Anfang 2024 im Februar, oder glaubt ihr, das Ganze wurde nach hinten versetzt und eher Ende 2024, vielleicht sogar Beginn von 2025. Ich hoffe wirklich, dass wir da nicht mehr so lange warten müssen. Ich würde mich wie immer sehr über einen Follows im Kanal freuen. Ich weiß, ganz viele von euch haben noch keinen Follow da gelassen. Macht das auf jeden Fall mal, wenn ihr nichts zu Elden Ring verpassen wollt. Da wird bestimmt bald, werden wir Informationen bekommen. Ich fühle das. Und wenn es wieder nur ein Shadow Drop auf Twitter ist. Lasst gerne ein Like auf dem Video, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.